Du hast dich im CR heute als würdig erwiesen. Zu eins. Gegen Churals, ist aber nicht gewesen. Weichruf. Die Zeit läuft davon. Wir haben's, wir haben's. Sehr schön. Das war's, ne? Die kommen aus Norden, unten ist alles voll. Feindliche Sandra bei unserem Sandra. Das Problem ist, man kann die nicht erfassen. Alphas wird wieder deploy. Jo. Und rein. Das war jetzt genug so. Lieber, warte, Gebäude. Ich mein, ich war ja selber schuld. Mir war ja auch bewusst, was ich da tue, wenn ich da runter geh. Sorry. Wie gesagt, ich hab's nicht zu spät gesehen. Wo sind die? Nordlich, nördlich gleich Richtung Base. Lass dich mal kurz bitte. Bitte Platz machen. Fahr mal hinter. Mal den Panzer durch. Erstmal Feder durch. Alpha Schildbrecher? Nein, ich hab keinen. Dann nützt der uns gerade gar nichts. Ja, ich zieh. Ich kann auch fahren. Ich stelle dann meinen hinten rein. Ich glaube, wir fahren halt durch die Straße übrigens. Dann die Leute aus Lüste noch raussteigen. Stimmt mit dem. Stimmt mit dem. Stimmt mit dem. Ich fahr mit Minecraft 2 am besten. Ja. Zieht noch ein Schildbrecher mit Umgebungseparatur. Okay. Wenn nicht, dann fahr ich jetzt vor. Und hoffe, dass wir durchkommen. Zünde die Schilder über rechtzeitig. Ist da ein Gelegenheit? Ist da ein Gelegenheit? Okay, wir fahren durch. Das schaffen wir schon. Links ist noch einer. Nulland. Ah, Mann. Ist ja... Käng am Schild fest. Der Rest rein. Okay, die Leute aus meinem Sandler da raus. Die laufen Richtung Wiebe. Ah, Mann. Schade. Von dem Blauen? Haben wir am Weg nicht alles vor. Ah! Ich steh mehr drin, weil ich nicht anders kann. Ich bin so reingeflogen. Ich bin so reingeflogen. Mit einem 9, oder? Wo, auf der Galerie war noch Gegner. Der Schildkern muss Schaden machen. Und der Schildkern muss Schaden machen. Außer mann Sandler da. Halt er zum äußeren Schildchen da. Wir sorgen dafür, dass der auf jeden Fall in die Luft geht. Ja. Was ist unser nächster Spawn? Außerhalb Infantrie eigentlich da. Im Südwesten. Ok, kümmert euch drum. Dass der Platoon-Mainpoint gern auch in die Luft geht. Alpha Squad, wir verteidigen hier. Dass er diese neuen Custom-Loadouts ganz vorne als zweites reingestellt hat. Was ist die Ampestau? Ja. Woher? Dann müssen wir nach. Das ist... Das ist die Ampestau. Das ist die Ampestau. Das ist der Fall. Der ist ja da unten. Ach Quatsch! Voll! 33% warten bei uns! Oh oh! Oh oh! Lollollolloll! Das darf nicht auf die Karte gehen in nem Spiel! Das darf einfach nicht auf die Karte gehen! Lollollollolloll! Elexi 1 nachholen! Aber sofort! Kommt sofort Rosa! Ich bin hier mit den Händen! Der Name ist... Ist da noch was? Sag da mal was! Ja! 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 Pachtlein! Oh leck ich da drauf! Oh leck ich da drauf! Hopper! Oh nix! Was ist das? Oh leck ich da drauf! Ich bin hier mit dem Händen! Oh leck ich da drauf! Weg denn! So leck ich da drauf! So leck ich! Whoa! Oh! Oh sie ist ja, auf uns! Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Macho, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Okay. Oh, ich bin da. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vengard ist am besten. Habt ihr so doch gemüge genommen Sky Guard? Ja. Vengard kommt hier rein. Nein. Nope. Der Crunch Skyguard ist down Jo, ich komme Haben wir schon Skyguards? I don't Zwei Light ist aber nicht sicher für Skyguards Er feilt nicht vom Leben Im Nordwesten fährt ein Tag an uns vorbei So, gut, Lightning Ja, das waren wir noch Skyguard Oh, jetzt Schwer, Häschen Ja, wir haben Bananen Im Osten Ja, das ist Bananen im Osten Was? Bananen im Osten? Die haben den Turret im Osten Da wird auch ganz viel abgebaut Der Turret im Osten Geil Okay Okay Delta Ich bin drüber Nach Bananen auf dem Turm Wir haben hier einen Zanderrack Sie haben hier einen Zanderrack Sie haben hier einen Zanderrack Sie haben hier einen Zanderracken Sie haben hier einen Zanderracken Ich bin so glad Ich bin so glad deutlich Sie haben hier einen Zanderracken Sie haben hier Study , weinho5-mal verf건halprober Erreken Eng squat Dr:「 elara put ist Orgasса 3 Mensch ein NG mit Mahn hat turret im Nordwesten Geschwann Solange ich kann, geht's schnell, dann schreien ich es ja auch noch von Norden hier, die Position wechseln und so weiter. Einser von Norden, links vom ersten Turm, der zweite Sandler geht gerade durchs Schild. Was? Du hast keine Führerschen? Oh mein Gott! Oh Gott, das ist der Jäger der Pokal. Ja. Und fehlt der... Das fehlt ein Schubst, der dreißigmaler landet in der Post. Ihr solltet euch mal verbreiten. Jeder auf irgendeinen. Ich will die Anführerschen noch verfolgen. Ja, eigentlich schon. Wie geil. Wie soll? Strom, Feier... Feier, also was ich mich interessieren. Richtig kommt, oder? Was ist denn der richtige Front? Esamier. Gut, dann gehen wir jetzt nach Esamier, alle zusammen, sammeln mit seinem Wort geht. Wir werden jetzt nicht rein. Ja! 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 Eisertank bleibt aber wohl. Äh... Zum Beispiel. Schau doch mal auf Eisermord, was dir der ganze Weg ist. Nein. Nein. Dann, wenn wir Galexie, worauf geht's? Wunderbar ist. Sachen freut mich. Einmal! Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem eigentlich, aber ein ganzes Platoon nicht. Das ist ein Dermat, das ist ein Dermat. Ja, natürlich. Ja, das ist, mich als Rampe zu benutzen, heieee. Eine Libbystone. Ja, das ist der Nord-Sandora. Was war das denn? Ich wollte die hier Kamikaze-Flug machen auf den Sandora. So, und dann geh wieder runter und zumindest auf die Galerie, mal wichtig, damit wir das Gebäude halten. Da kommen jetzt viele von denen dran. Und bei B hockt irgendwo ein Cloaker. Warte. Hast du nix auf der Tacke? Ja, das ist wahrscheinlich. Okay, da kommt jetzt eine Fahrt. Ich bin kurz auf, Karl. Ja. Oh, Max. Aber was kann ich jetzt wechseln? Ja, nein, nein, nein. Keiner kann rausbatchen oder sie unnötigen unterbatchen. Also, sie sollen ruhig stark bleiben, sie sollen auch das aushalten, aber vielleicht noch mehr die Flüssen kosten oder so irgendetwas. Ja, das ist nicht jeder hinterher. Oder das Charge recht immer fällt. Das ist so übermächtig. Da kommt man so oft wieder... Pass auf, jetzt sind wir gleich die größte Pop da oben. Kämpfen wir gegen weiter? Wir kämpfen gegen heute. Wir bleiben einfach in unserer Zentrale oben. Ganz kurz, hat jemand auf ESA mir momentan... Schnell rein! Und genau unten drunter steht der Sand, oder? Und? Nein. Wo? Schnell rein. Und Zentrale, Zentrale! Zentrale! Los, los, los! Zauber ja, Alter! Ab hier, Zentrale! Kau nicht mehr! Auf hier, Zentrale! Hallo, Seth! Zauber fused in game, eh! Ja, das geht ja dann. Hahaha! Ja, damn trash! Oh, wir können die Wand. Zweit lassen. Zweit lassen. Zweit lassen.